Hallo alle zusammen, wir sind bald auf Tournee in Asien. Wir kommen nach Japan und haben dort Konzerte als The Clarinet Trio Anthology. Wir haben ein großes Repertoire an Clarinet Trios aufgenommen, sieben CDs. Und ich hoffe, Sie haben Interesse, einiges davon zu hören. Das Repertoire ist sehr umfangreich. Es beginnt bei der Wiener Klassik, geht über die Romantik, auch mit opernhaften Motiven zur Moderne. Und wir präsentieren Ihnen ein sehr ausgewogenes Programm. Und wir freuen uns auf unser tolles japanisches Publikum. Bis bald. Bis bald. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020